moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf jelos tv wir spielen ohne temtem mit dabei heute wieder meine werte wegbegleitenden hennake beim letzten mal haben wir hier an dieser stelle ein bisschen das problem gehabt dass die quest gebackt ist wie gesagt das passierte uns auch schon bei unserem ersten durchlauf ich denke dass das das entwicklerstudio irgendwann unter kontrolle bekommen wird jetzt aktuell nicht wir haben die quest einmal normal gemacht deswegen sind wir jetzt wieder an dieser stelle und werden jetzt noch mal durch die stadt laufen und gucken mit wem wir hier noch so quatschen können deswegen gucken wir jetzt erstmal hier in der akademie 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 den leuten wie heißt du warum lese ich das nicht was du schreibst echt nicht da musst du selber machen bist du überhaupt mit mir in einer gruppe ja ist das so ja bist du ja da weiß ich nicht warum man sich leben kann wahrscheinlich gilt deswegen gelesen was hier was hier auf dem schreibtisch steht steht auf dem schreibtisch ja da gibt es so infos was das alles bedeutet was verteidigung bedeutet was spezial verteidigung bedeutet blablabla also wie jemand der keine ahnung war das ist eigentlich eine gute sache gut dass wir keine ahnung haben aber ich habe keine lust mehr jetzt hier ich muss das weg klicken ich habe keine lust mehr hunderttausend kilometer text durchzulesen ich muss mir glaube ich mal so eine elementartabelle hier hinlegen kommst du ja ich das ist hier noch gelaber kann ich noch nicht trepp hoch jetzt kommt man bringt das jetzt weg hier unglaublich mietchen hier noch mal quatschen mit der jungen damen hier 14 status veränderungen ja vielleicht wollen die leute dass der leute jetzt wisst ihr mit was ich es zu tun habe es tut mir leid ist das tut mir einfach leid tschuldigung müssen einfach ein bisschen warten aber da kommt gleich immer das ist schon okay ja ich komme gleich aber was kommst du ja hast du doch es sind 14 status veränderungen so jetzt bist du am labern aha ich muss los oh jetzt müssen wir was für die oh nein kenn ich noch nicht aber ich habe mal geklickt ja warum wo sind zuletzt gelegen ich habe sie angelogen irgendeinen tipp ok dann suchen wir die ok rente eine schwarze fast nackt herum wo 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 und ist aber sehr schwarz das ist schon fast verkohlt ok let's go runter let's go out of the house let's go to the temtem essence hängen geblieben im gebisch es müsste hier oder nicht hier müsste das sein äh nein das ist ein wohnhaus knapp daneben ist auch vorbei dann müssen wir noch weiter nach osten ups bin die falsche äh oh hallo bin ich im urlaub ja wir sind geschwister wusstest du das eigentlich nein eine tipptämmessenzflasche hier ist sie ja und wir wollen auch ein surfbrett haben übrigens ok klick da gleich auch drauf bitte na klar ja natürlich oh plauschige federn ja oh hab ich jetzt das temtem verloren welches das paro ein flotermann ne hab ich nicht nein du hast es nur vorgezeigt hast du surfbretter du solltest fragen ob du surfbretter nein du kriegst kein surfbrett warum nicht so jetzt toll hammer toll wo suchen wir denn jetzt Yusuf und Roger das ist doch nicht Yusuf oder Roger ja man kann doch mal gucken ob es noch eine neue quest gibt entspann dich doch mal mein gott ich frag mal hier die troller am strand erzähl mal von deiner start sorry mach die mich voll an weil meine temtem nass werden und ich nicht mit dir schwimmen will ja völlig zurecht hast du mit allen gequatscht am strand oder was ja die familie ist lame die troller hier macht mich nur fertig weil ich nicht schwimmen will und das ist ein professor der einen voll labert von geschichten von denen ich nix verstehe ich geh mal links gucken ob der da irgendwo ok oh hier ist ne troller hast du die schon angequatscht eine mit lilanen haaren ne geh mal eben auf den steg ob die vielleicht da rumpüren ich bin jetzt ganz rechts oben auf dem steg aber hier scheint auch alles safe zu sein oh hier muss ich auf dich warten auf jeden fall wo bist du denn äh ganz oben rechts auf dem steg wie gesagt ich glaub hier sind auch zwei junge männer mit einem surfbrett am rumpeln oh gibt's denn zeigen gibt's denn ein ausrufezeichen weiß ich nicht komm zu dir ach ich muss durch dieses dingens ne ich muss nicht durchs graf laufen ne jetzt hast du diesen komischen weißhaarigen angequatscht hannah weiß ich doch nicht am steg man am steg ja ich bin jetzt ganz oben durch alles andere habe ich angequatscht ok aber da ist jemand mit einer quest ja dann habe ich da bin ich ja wahrscheinlich gerade stand ich da wahrscheinlich gerade muss auf dich warten ich bin das hier gerade oben nochmal weiter ne du dann bist du an der quest schon vorbeigelaufen ja ich habe nochmal weiter geguckt ist mir schon bewusst hannah ich komme jetzt zu dir also du konntest die quest nicht annehmen wolltest du sagen genau ah ok sag das doch was finden wir da raus suche die riverine gefolgschaft in turquesa da oben ist nichts mehr ok da sind auch nicht die beiden naja soweit ich das gesehen habe sind die da oben nicht toll wo fehlen die sich denn wo halten die sich denn auf ich habe noch eine idee da müssen wir aus der stadt runter raus das hier geschäft kann man hier hochklettern kann man hier hochklettern nein ok tap tap bendiger müssen wir jetzt sophia schlagen oder was ist hier los so hier ist nämlich auch noch ein steg nein wie lang hier sind nämlich auch da bin ich am surfen oh mit zenith sprichst du ja ok wer zenith möchte nicht kämpfen verstanden wer zenith möchte nicht kämpfen hybra vielleicht kann ich helfen hm hm ok ok dann helfe ich halt nicht also ich helfe ihr jetzt hä was hast du denn geklickt weiß ich nicht aber ich helfe ihr hast du denn einen auftrag bekommen ne ja also da kannst du auch nicht helfen mist geht tatsächlich nicht kann ich mit dir quatschen ok man kann nicht helfen ja gut dann halt nicht dann nicht gut irgendwo hier gibt es noch ein gibt es noch etwas ob man irgendwo ein ausrufezeichen noch sieht ja genau guck mal nochmal guck mal nochmal guck mal nochmal guck mal oben raus guck mal die nächste zone ich also ich bin mir gar nicht sicher ob man hier durch das gras oder was ach ich muss wir müssen in sophia's dojo wo ist denn das dojo in arisola wir sind doch überhaupt nicht in arisola ist das da wir sind in marion ok oder marionostrum keine ahnung setze dein training in sophia's dojo in arisola fort ja gut dann gehen wir nochmal arisola oh wir werden ja gar nicht angequatscht oh ich muss kämpfen ich auch oh mein gott kämpfen wir zusammen gegen eins ja wir kämpfen zusammen ja wir kämpfen zusammen wir kämpfen zusammen yeah was mach ich denn ich rotz ihm direkt ein Dings ins gesicht oh oh du musst es nicht mehr rotzen du jonge was bist du für ein scheiß angeber ey entschuldigung wir lassen wir lassen ne noch nicht gott like katzis runter oder hoch äh unten oder oben äh oben äh oben hä jetzt bin ich unten oh ist das gleiche ok und das war steil hier oh oh das ist ein kasten o 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 oh o o o o o o ganz stark ja aber der ist jetzt erschöpft er kann jetzt nicht angreifen jetzt zeige ich dir mal eine starke attacke das war eine starke attacke ja sie war genauso stark wie meine nur dass er jetzt nicht angreifen kann aber ich glaube wir können mit sicherheit koop immer mal zwischendurch wieder abbrechen wenn wir wollen und einzeln rumlaufen ist ja eigentlich ganz okay warum sollten wir das machen jetzt kommt sie werden auch piranierend okay ich immer noch mal scale ich rotz ihn weg weggerollt das war's mit piranierend ja zwei haben sie noch das komische grüne vieh okay dann mache ich habe was was machst du da ich mache ich mache mich solch 1 1 einschlafen lassen also ich lieber angreifen platz macht platz direkt drauf rotzen voll ins gesicht du bist bist du eigentlich blatt ja geil dann ist mein angriff stärker weil du es weil du natur bist das geil aber eigentlich müsste er dann zwei runden erschöpft sein sicher dass du ich mach den jetzt fertig ich habe ich gemerkt aber ich kriege auch die ganze zeit auf die fresse ich setze mal eine runde aus ja ich muss auch aussetzen auch haben es macht ihn fertig du kannst ein paar hp verlieren doch klar kannst du nicht jetzt macht ihn fertig warum muss ich denn jetzt wieder ein opfer bringen aufgrund des effekts von verwirren gescheitert und jetzt habe ich mich umsonst selbst verletzt danke für gar nichts voll in dein gesicht geklatscht ey jetzt greifst du an ich kann nämlich nicht da ging kaputt so toll weg ihn nagt hätte ich mich auch ausruhen können aber gut was du hast gewonnen 107 sonnen haben wir gewonnen ich hätte noch ein paar temtem karten kaufen sollen wo ist jetzt ein objekt ein karten bisschen fertig ja ich muss mal kurz meinen temtem wechseln der vorteil ist wir können unabhängig voneinander kämpfen und auch temtem fangen und sowas ist ja eigentlich ganz praktisch was hast du gemacht nächster kampf macht sich bereit zu verlieren wir werden nicht verlieren die ganze knicken ok zwei temtem hat er sie er sie ist vor allem sind wir jetzt viel stärker weil wir primär starke temtem jetzt haben oh hat er warum hast du jetzt tue einen kampf gescheckt warum nicht ich gehe auf kalatsu ja lass uns kalatsu zusammen fertig machen er wird das überleben ich mache feder gettling auf kalatsu übertreibt er direkt mit feder gettling wieso krieg ich eigentlich die ganzen angriffe ab weiß es nicht so was mache ich jetzt ich mache picken drauf die welle die wir mal richtig wehgetan das hat wehgetan immerhin endlich kannst du auch mal was was ist denn sei part für ein ding weiß ich nicht weiß ich kann ich dir weiß ich nicht nicht ob es bin ich nicht wow nicht du auch doch aber den nächsten kampf gestartet triggert uns hier durch wir haben doch genug die triggert uns hier richtig durch wieso geht denn schrilles kreischen jetzt ja weil das eine dingens aufladen muss eine runde manchmal eine windklinge auf dieses komische lass mal bitte karten platt machen das gibt von dem ist das ist mega nervig ja das stimmt sehr schön easy 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 da kommt noch eins dazu weißt du jetzt jetzt wurde ich angegriffen nämlich dann mache ich kreischen ich glaube also weiter okay ich gehe auf pipki sehr schön er müsste weg vom fenster sein sehr gut easy 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 nein mit meinem gesicht war nicht so schlimm das kann ich noch bringen damit ist der weg vom fenster da hat er verloren wir müssen mal gucken wann der temtem healer kommt gehen wir weiter nach rechts nach rechts ist auf jeden fall sackgasse gleich die große frage ist hat wie weit wir jetzt kommen ohne uns noch mal zu ja wir haben doch diese temmessenz na das stimmt ja das stimmt ja das stimmt okay carmen carmen hallo carmen hier geht es gut danke was hast du denn in aller zeit gemacht ah panzans heißen die oder was panzans ja mach mach jonge oh jetzt kämpfen wir doch oder was natürlich temtem los jonge die ist aber sehr alt die jonge was ist die denn eine omi oder was steht die einfach so in der gegend rum und greift so jetzt wird auf wen carmen fehler gettling auf kaku jo ich gehe auch auf kaku und schon mal fertig kaku schüchterschild ok sorry steigt seine hier verteidigung und erledigt so macht man das so macht man richtig hast du gut gemacht ich bin stolz auf dich ok kein fehler gettling auch kein stilles doch ein stilles kreischen eventuell ich mache eine windklinge nur auf ihn ich habe nicht mehr so viel sp wird glaube ich nicht viel damage machen wow hyper damage wow hyper damage was ist denn sp spellpunkte spellpunkte ja ja weiß ich wie das heißt jetzt macht immer das ausdeuer nennt sich das hast du dich jetzt selbst verletzt oder was ja ein kurzes bisschen kein problem ich glaube du hast dich nicht verletzt und es ist nicht außerdem haben wir ja beide noch ein stark ach du bist schon mit deinem 2 tamtam unterwegs ja das andere hat aber auch noch ein paar hp level 13 dann geht du weiter endlich nach oben oh die ist aber echt alt boah junge soll ich wechseln oder noch nicht was ist denn hier links noch ich muss mal selber gucken wie meine tamtam aussehen ja gut mein crystal ist aber auch schon fast down komm mal hier hin bitte ok ja ich glaube ich werde meinen hautschick jetzt mal eine pause geben meinem hautschick voll erledigt kaku wird ohmächtig kaku 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 ok oh hier ist wieder ein kampf ich wechsle kurz ja gut aber meine beiden ich muss mal eine salbe ne ich kann mal die tamtam in essence benutzen sekunde wo haben wir die denn rucksack ja komm ich hab doch starke tamtam ich hab jetzt mein elfer tuwei genießt also hab ich mich jetzt von dir oh das halt alle ja klar wie oft kann man das nicht benutzen einmal dann ist es leer und wenn du in die wie heißt das temporium gehst dann wird es auch wieder aufgefüllt ah ja gut das kämpfen hier was war das denn für ein tamtam hast du das gesehen ein bauer ja was ist ein bauer jetzt haben wir beide mit tuwei oder was warum hast du denn nicht getauscht ist doch ok ne beide mit tuwei ist doch total doof ist doch ok nur auf einen freundlichen dankeschön los Dörfler sorry nennen die uns Dörfler wie gemein sind die denn sind die aufs Gesicht hey der hat einen Affen das ist kein Affe das ist ein Löwe das ist ein Affe der hat über es ist ein Löwe ja ja sag ich ja wie ein Löwe ok ich knall den Feder Gatling voll auf Hautschick ich würde sagen dein Feder Gatling auch voll drauf Feder Gatling aber dann kann ich danach kein schrilles Kreischen machen doch machen wir danach auch nochmal passt das von der Ausdauer ne passt es nicht ich mach Windklinge auf Hautschick ja mach das mal ja mach ich auch wow wie gemein war das denn der ist jetzt eh weg vom Fenster guck sag ich doch hatte ich nicht gebraucht ok dann geh ich jetzt aufs Mersi mit dem anderen Ding schrilles Kreischen mein ich jetzt Windklinge kriegt von mir ne Windklinge ja von mir kriegt der ein schrilles Kreischen mein Kreude ist zu wenig ja toll du hättest hier den anderen Skill benutzen sollen ja komm mach ihr Tuwei fertig er hat sie verdient mein Tuwei ist ein richtiger Schwächling ja dein Tuwei ist üblich ein Schwächling dein Tuwei ist üblich ein Schwächling ne meiner ist kein Schwächling hab ich ein paar HP verloren ja toll gemacht wann steige ich denn auf zur nächsten Dingsabonster ja erledigt die beiden Suppis doch hier die Stadt Junge ein guter Kampf ok was ist das hier für ein Haus ok aber ich denke wir sind auch schon wieder am Ende der Episode angekommen liebe HannahCat jo äh dann werde ich mal kurz die Verabschiedung einsprechen da ich ja sowieso meistens hier am Sprechen bin liebe Leute vielen vielen Dank für euer Interesse ich hoffe euch hat auch diese Folge wieder sehr sehr gut gefallen das würde mich unglaublich freuen Hannah möchtest du noch kurz was zum Abschluss sagen ja ich wollte nur sagen das war jetzt das erste Mal dass wir tatsächlich auch zusammen gekämpft haben genau richtig sehr interessant tatsächlich kann man keinen einzigen Kampf alleine machen man muss immer alles zusammen machen ähm interessante Technik ich bin gespannt wie das noch weiter geht gute Nacht ciao bis zum nächsten Mal